Hallo auf meinem Ingenieurskanal, heute zum Thema Faktencheck, der Faktenchecker. Heute wird es länger etwas schneller gestellt. Mirko Trotschmann, Mr. Wissen2go. Und ich fürchte, Ihnen wird es nachher ziemlich übel, wenn Sie diese ganzen Sachen sehen und die Sachen, die er eben nicht erwähnt. Und wie wir hören. Okay, fangen wir an. Ich habe es jetzt etwas schneller gestellt, die Sache. Dass Russland-Präsident Vladimir Putin scharfe Drohungen ausspricht, das kommt immer wieder vor. Mal haben diese Drohungen mehr, mal weniger Substanz. Bei einem Thema war er in der Vergangenheit aber besonders deutlich, nämlich bei einem möglichen Beitritt der Ukraine zur NATO. Wenn die Ukraine tatsächlich Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses werden würde, so hat es Putin immer wieder gesagt, dann würde das harte Reaktionen hervorrufen. Mehr ins Detail ist er dabei nie gegangen. Er hat also nicht gesagt, was das genau für Reaktionen wären. Aber es ist klar, Putin möchte um jeden Preis verhindern, dass sich die Ukraine der NATO anschließt. Und das kann man wörtlich nehmen. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat mit genau diesem Szenario zu tun. Aber was würde denn passieren, wenn die NATO sich tatsächlich noch mehr nach Osten ausweitet? Wie würde Russland reagieren und wie wahrscheinlich ist das alles? Darum geht es jetzt. Gut. Also, das hat er immer wieder gesagt. Er will nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt. Und das wird auch nicht passieren, da Russland jetzt bis Polen durchmarschiert. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und weswegen er das machen wird, werden sie auf diesem Kanal erfahren. Es ist Anfang April 2008. Von einem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ahnt noch niemand etwas. Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist zwar zunehmend angespannt, aber noch redet man miteinander. Vladimir Putin gilt als harter, aber durchaus reflektierter Verhandlungspartner. Nur wenige Jahre zuvor hatte die NATO sogar offen darüber nachgedacht, mit Putin über einen Beitritt Russlands zu dem Bündnis zu sprechen. Spätestens dann hätte sich die NATO eigentlich auflösen können. Denn gegründet worden war sie 1949 eigentlich als Verteidigungsgemeinschaft gegen die von Russland angeführte Sowjetunion. Gemeinsam wollte man Stärke zeigen. Ende 1991 hatte sich die Sowjetunion dann aufgelöst. Und von einigen Stellvertreterkriegen und Krisen wie der auf Kuba abgesehen, gab es nie eine direkte Konfrontation zwischen der Sowjetunion und Ländern der NATO. Die NATO hätte also obsolet sein können. NATO, das steht übrigens für North Atlantic Treaty Organization, also Nordatlantik Pakt. Und die NATO ist ein Bündnis aus Ländern Europas zusammen mit den USA. Da sehen Sie es. Ja, hier ist, da ist, glaube ich, Deutschland. Und hier, da haben wir die sogenannte NATO-Osterweiterung, auf die wir noch gleich zurückkommen werden. In den Jahren ist die NATO immer weitergewachsen. Heute hat sie 31 Mitglieder. Dazu stehen Schweden und Finnland in den Startlöchern. Ein ganz schöner Apparat. 5 Monate alt, das Video. Da erfüllt, dass es die Sowjetunion, also den einzigen Gegner, gar nicht mehr gibt. Aber die NATO-Mitglieder fanden es 1991 sinnvoll, dass das Bündnis trotzdem weiter existiert. Und als dann Anfang der 2000er Jahre die Spannungen mit Russland zugenommen haben, haben sie sich bestätigt gefühlt. Ein NATO-Beitritt Russlands hätte daran natürlich etwas geändert, aber dazu gekommen ist es bekanntermaßen nie. Und damit sind wir eben im Jahr 2008. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest kommen Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten zu einem großen... Okay, da sehen Sie. Und da ist Frau, unsere Angie, die gesagt hat, bei den Minsker Verträgen, die habe sie nur unterschrieben, um Russland hinzuhalten. Das hat sie gesagt. Ich kenne andere Leute, die das auch gemacht haben. Das ist ungefähr 90 Jahre her. Verträge und Nicht-Angriffspakte unterschrieben, um sie, um Wurf, von denen sie von vornherein wussten, dass sie sie nicht einhalten. Da sind wir wieder weiter. Weiter geht's. Das ist alles genau das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich. Ein Treffen zusammen. Die Stimmung ist grundsätzlich gut. Ein Jahr später wird die NATO nämlich 60 Jahre alt und dann stimmt sich schon mal so ein kleines bisschen auf die Feierlichkeiten ein. Die werden da durchaus auch schon geplant. Außerdem überlegen die Mitgliedstaaten, welche Länder könnten bald neu zur NATO gehören. Diskutiert wird dabei unter anderem über die Ukraine und Georgien. Über diese beiden heißt es in Absatz 23 der Abschlusserklärung, Wir haben heute vereinbart, dass diese Länder Mitglieder der NATO werden. Daher werden wir nun eine Phase der intensiven Auseinandersetzung mit beiden auf hoher politischer Ebene beginnen, um die noch offenen Fragen zu klären. Ja und nicht nur das, beiden Ländern wird auch ein sogenannter Membership Action Plan, kurz MAP, in Aussicht gestellt. Also eine Art Fahrplan, in dem steht, was passieren muss, damit es mit der Mitgliedschaft klappt. Das Ziel ist klar, irgendwann, in gar nicht so weiter Zukunft, sollen auch die Ukraine und Georgien Mitglieder der NATO werden. Für Wladimir Putin ist das eine absolute Provokation. Schon der Plan, die NATO noch mehr nach Osten zu erweitern, sorgt bei ihm für großen Ärger. Ja, richtig. Das mag er nicht, weil er keine Atombomben 300 Kilometer vor Moskau stehen haben will. Klar, übrigens war Kiew ganz, 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 ganz früher Hauptstadt von Russland. Das ist dann später nach Moskau gewandert. Das war tatsächlich Kiew. Und im Membership Action Plan stand beispielsweise drin, dass in der Ukraine die Korruption abgebaut wird. Das ist sehr lustig, weil wir jetzt ja einen Herrn Biden als Präsident haben. Sein Sohn ist Hunter Biden und der hat sich rechtskräftig verurteilt wegen Korruption im Zusammenhang mit der Ukraine. Gut, und so weiter und so fort. Also das ist sehr spannend, die ganze Geschichte. Also 2008 wurde das da Dings und der Sohn des amerikanischen Präsidenten Biden, der hat sich der Korruption in Zusammenarbeit, der hat Steuerhinterziehung und alles gemacht. Die saßen da in irgendeinem Energiekonsortium drin und hat dann Waffenbesitz, Waffen geführt, obwohl er vorverurteilt war. Und lauter so Sachen. Kriminell, offensichtlich ein Hochkrimineller ist das, selbst die amerikanische Staatsanwaltschaft sagt, bis hierhin und nicht weiter, wir machen keinen Deal. Und der ist korrupt mit der Ukraine zusammen. Aber in diesem Membership-Actionplan sollte die Ukraine ja Korruption abgebaut werden. Und was wir über, ja, als kleines, als nickeliches kleines Beispiel, wie dieser Membership-Actionplan umgesetzt wurde. Verzeihung, das meines Zynismus. Ja. Ich meine, gut, Deutschland ist auch, okay. Kurz vor dem Ende der Sowjetunion, so heißt es aus Russland, hätten die USA eine Garantie abgegeben. Die NATO würde sich nicht nach Osten ausdehnen. Und tatsächlich gibt es auch Quellen, die das belegen, aber es ging damals nur um mündliche Zusagen. Schriftlich festgehalten wurde das nie. Es gibt keinen Vertrag, in dem diese Zusage vereinbart wurde. Okay, also, es gab nur mündliche Zusagen, schriftliche Dokumente gab es nie. Es gibt keinen Vertrag, sagt er. Prüfen wir das. Und genau, so, ich zeige es Ihnen. Also, das ist das Dokument. Das da. Seite 6, gehen wir erstmal vor. Das ist ein, also, er sagt, einen Vertrag gab es nie, das ist richtig. Aber, Participant, Freitag, 9. Februar, 1990. Time, 1 p.m., 13 bis 15 Uhr. Place, Kreml. Unclassified, glaube ich, 2017 wurde das Ding deklassifiziert, das Dokument. Und Meeting zwischen Gorbatschow, Washington, okay, Meeting from, und da war ein Herr, Secretary Baker, President Gorbatschow und Shevardnadze. Also, die Namen kennen wir ja. So, und jetzt gehen wir mal auf Seite 6. Da steht das drin, da oben. Okay, jetzt muss ich wieder finden. Okay, in deiner Mitte müssen Sie das lesen. We understand the need for assurances to the countries in the East. Wir verstehen die Notwendigkeit der Sicherheiten der Länder im Osten. If we maintain a presence in Germany, wenn wir in Deutschland präsent bleiben, das ist, was Teil der NATO ist. Da, da, there would be no, da wird, gab es, gibt es keinerlei Ausweitung der NATO-Jurisdiction, das habe ich vorhin nachguckt, weißt du, for forces of NATO, one inch to the east. Das hat ein Herr Baker gesagt. Und Herr Mirko Drotschmann hat gesagt, es gibt keinerlei schriftliche Bestätigung. Er hat hier schlichtweg gelogen. Und, hm, was bekommt er dafür? Nur so. Das Bundesverdienstkreuz. Natürlich von unserem Herrn Steinmeier. Nur so, dass Sie mal wissen, das ist ja immer auch lustig. Auch zum gleichen Zeitpunkt hat, glaube ich, Meilab das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und wir wissen, mit diesen ganzen Kreuzen, zum Beispiel hat ja auch der Vorgänger von beiden, der Schwarze, ich weiß nicht, wer habe ich verdrängt, der hat ja auch Friedensnobelpreis gekriegt und dann, glaube ich, drei Kriege angezündet. Danach, also der hat zwei Perioden gehabt. Und am ersten hat er nichts und dann gab es drei Kriege. Und er erhält für solche Aussagen das Bundesverdienstkreuz eines Herrn Steinmeier. Muss man da jetzt noch mehr drüber reden? Ja, machen wir aber weiter. So, was passiert dann? Ukraine, NATO, dieses Problem wird sich nicht mehr stellen. Nur, wie er hier manipuliert und die Unwahrheit sagt, ist unfassbar. Weiter. Die NATO hat sich deshalb durchaus nach Osten ausgebreitet, unter anderem nach Polen, Ungarn, Lettland und Estland, also teilweise direkt an Russlands Grenze. Und jetzt auch noch die Ukraine und Georgien? Auf gar keinen Fall, sagt Wladimir Putin. Nur wenige Monate später, im August 2008, kommt es zu einem Krieg zwischen Russland und Georgien. Einem kurzen Krieg, den Russland letztendlich für sich entscheidet. Putin macht deutlich, ich meine es ernst. Das beeindruckt unter anderem auch Deutschland. Die damalige Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel bremst die Pläne der NATO. Man wolle nicht noch weiter provozieren, heißt es. Und so bleiben sowohl die Ukraine als auch Georgien erst einmal ohne Membership-Actionplan und ohne Perspektive. Was dann folgt, das wisst ihr. 2014 besetzt Russland die Halbinsel Krim und die Donbass-Region, 2022 dann die nächste Eskalation. Russland greift die Ukraine im Gesamten an. So, was hat er vergessen? 2014 war noch was anderes, da war der Maidan in Kiew. Da wurde die Regierung gestürzt und aus einer Russland, relativ russlandfreundlichen Regierung wurde eine NATO-freundliche Regierung eingesetzt. Das verschweigt er. Stellen Sie sich vor, hat er einfach vergessen. Deswegen hat er sein Bundesverdienstkreuz bekommen. Weiter geht's. Es gibt einen Krieg, der bis heute anhält. Wladimir Putin sagt, wir machen das, um uns zu verteidigen. Die NATO ist uns bedrohlich nahe gekommen. Das ist unsere Reaktion. Allerdings muss man sagen, selbst wenn die Ukraine tatsächlich nach 2008 Mitglied der NATO geworden wäre, dann hätte die NATO vermutlich nicht einfach Russland angegriffen. Die NATO ist ein Verteidigungs- und kein Angriff. Und da sehen wir mal weiter. Hattet ihr nicht? Nein, hätte nicht. Also, jetzt werden wir uns mal ganz klar. Und zwar, wo gehen wir jetzt hin? Wo ist das Ukraine? Moment. Erstmal, das müssen wir jetzt mal in Zusammenhang stellen. Moment. Ich muss eine richtige Sache finden. Okay. Also, das war Melnik. 2021 vor dem Krieg. Ukrainische Botschafter droht mit atomarer Aufrüstung. Aus Sorge vor militärischen Schritten Russlands drängt die Ukraine auf Aufnahme in die NATO. Die haben gesagt, wenn ihr uns nicht die NATO lasst, das ist Spiegel sogar. Also Spiegel. Und das können Sie überall lesen. Die Ukraine erwägt den Aufbau eines Atomwaffenarsenals, sollte das Land nicht Mitglied des Verteidigungsbündnisses NATO werden. Entweder wir sind Teil eines Bündnisses wie NATO und Dranghaus. Oder wir haben eine einzige Option, dann selbst aufzurüsten. Also die Ukraine hat ganz klar gesagt, wir besorgen uns Atomwaffen. Das war 21. Und dann hat während des Krieges Selensky einen atomaren Präventivschlag gegen Russland verlangt. Also, für die Ukraine ist ein Atomwaffeneinsatz, die wollten das. Er hat das verlangt. Das bedeutet, Putin behauptet ja, er wolle keine Atombomben vor der russischen Hauptstadt stehen haben. Und Selensky hat tatsächlich einen atomaren Einsatz gegen Russland verlangt. Das heißt, für die Ukraine ist ein Atomwaffeneinsatz, wenn da Atomwaffen gestanden hätten, wäre genau das das Ziel gewesen. Sie hätten Russland mit Atomwaffen angegriffen. Und was der Herr, was der Herr, was der Herr, ist ja ein Verteidigungsbündnis, wir greifen ja nichts an. Also, wir müssen mal vorsichtig darauf hinweisen, dass, Punkt 1, der Angriff 1999, genau 60 Jahre, hat Deutschland kräftig mitgeholfen, in Serbien und Kroatien eine NATO-freundliche Regierung einzusetzen, um die NATO-Osterweiterung weiterzuführen, die ja angeblich nicht verboten ist, aber es doch Protokolle gibt und er sagt, es gäbe nichts Schriftliches, was überhaupt nicht stimmt. Und da ist nämlich das Problem bei der ganzen Geschichte. Und jetzt möchte ich Ihnen nochmal einen interessanten Artikel aus der Jüdischen Allgemeinen zeigen. Wo ist der jetzt? Ich hoffe, ja, da. Die Jüdische Allgemeine. Und das war der Artikel von 2014. Und zwar nach dem Maidan, den er so gerade nach der Revolution in der Ukraine, die er so kräftig unterschlagen hat. Da lesen Sie mal das hier. So. Ukraine mit Nazis gegen Putin. Das steht da. Gut. Und hier haben wir das ZDF. Das ZDF und das ist, da schauen Sie mal an. Am Montag berichtet das heute über die, heute ZDF, über die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dabei wurden Soldaten des Azov-Bataillons gezeigt, die für die ukrainische Regierung die Stadt Mariupol beschützen sollten. Ja. Da wurde nämlich, da ging es nämlich nach 2014 richtig ab. In der Ostukraine. Weil, da gibt es noch einen Artikel, den habe ich Ihnen jetzt nicht, einem Professor Mörschheimer. Der zeigt, dass die Ostukraine immer russlandfreundlich gesonnen war, während die Westukraine immer westlich freundlich gesonnen war. Und ich habe ein Video gerade gemacht über ein Lviv in Lemberg, über eine Kneipe. Und da können Sie mal gucken, da hat ein Deutscher gesagt, äh, eklig, da gibt es das, ja. Gut. Und dann schweifst du das zweit ab. Gut, dann wird es noch zu lang. Okay, für die Ruck, an ihrer Mutter waren deutlich Hakenkreuze und SS-Rohen zu sehen. Also, in der Ukraine laufen Leute an Helmen mit Hakenkreuzen und SS-Rohen rum. Das war 2014 und die werden nicht weg sein. Das heißt jetzt, wir Deutsche liefern im Jahre 2023 jetzt Panzer an die Ukraine und da sitzen dann Leute drauf, die mit Hakenkreuzen und SS-Rohen wieder in Russland fahren. Muss man dazu noch was sagen? Toll, Frau Baerbock. Und toll, ihr lieben Grünen. Habt ihr irgendwie Geschichts vergessen oder irgendwie? Also unfassbar, oder? Aber das steht, das schreibt offensichtlich offiziell und dies blieb völlig ungeunt. Und Aufschrei und dies blieb völlig öffentlich-rechtlich entfernt. Also öffentlich, ich weiß nicht. Gut, die Nazis, sag ich ja immer, die Nazis waren links. Nationalsozialisten. Und heutzutage sind wir auch alle links. Deswegen passen die Schabat ziemlich gut zusammen. Und dann wird jetzt langsam auch ein Schuh draus, weil Putin will ja die Ukraine entnazifizieren. Und da steht, dass er recht hat. Blöd gelaufen, oder? Aber das sagt ja nur die jüdische Allgemeine, die sich gegen Nazis, was ich durchaus verstehe, die sich dagegen wehrt. Die antwortet ein, ein, ein. Also was dürfen Leitlinien der deutschen Außenpolitik durch eine eindeutige, in einem fernter, die haben sich da richtig, okay. Die Aversion gegen die Russische Ungewöhnung wächst. Putinisieren ist zum Modewort. In politischen Witt und so, okay. Westliche Freien in Marue nun auch schon von paramilitärischen, faschistischen, der NS-Ideologie anhängenden Einheiten verteidigt. Amnesty hat die ukrainischen Minister aufgefordert, den entsetzlichen Treiben der marodierenden, Milizen ein Ende. Mehr als 40 selbsternannte Freischallergruppen dürfen derzeit mit Duldung der ukrainischen Führung mit Waffengewalt der vielbeschworenen nationale Einheit der Ukraine torpedieren. Soviel zum Thema jüdische Allgemeine. Ich meine, Hinzukommen und so weiter, die haben sich das ja nicht ausgedacht. Ja, hinzukommen die folgenden verfehlten politischen Signale der vergangenen Jahre. Zu Beginn der Befestigungsmauer, Anti- und so weiter, neue Sanktionen der EU, um Russland zu einem Friedenskurs in der ukrainischen Krise zu bewegen. Die deutsche Bundeskanzlerin stellt die Ukraine eine Mitgliedschaft in NATO in Aussicht, EU-Kon und so weiter, Barroso, 760 Millionen Steuergelder verdient. Wo soll das hinführen? Irrsinn! Der politische Insel in der EU geht offensichtlich unvermindert weiter. Aber wir als Bürger der Bund haben die Pflicht, uns dagegen zu wehren, dass wir einer ukrainischen Regierung verpflichtet, die bereit ist, ihre politischen Zahlen mit allen Mitteln zu erreichen. Wenn es sein muss, auch mit narzisstischen Gruppierungen. Und die Nazis hätten gesichert dann auch Atombomben gegen Russland. Warum? Die Aufgabe der Medien ist es, unabhängige Instanz, auf Missstände hin so weit. Der Spruch mit dem zweiten sieht man besser, ist offenbar nur eine leere Worthülse. Der Autor ist Radiomoderator bei Rockantennen und war langjähriges Vorstandsmitglied der IKK München. So, und da, das ist, ja, das ist jüdisch allgemein. Die sagen ganz klar, da sitzen Nazis unten und die sagen, und der sagt damals schon, das zweite deutsche Fernsehen ist eine Propagandashow, ist das. Weil man sowas nicht, und es gibt dann mehrere Beiträge, auch von Anne Will und so weiter, wo dann die Nazis da rumhopsen. Weiter geht's. Aber das ist ja nur die jüdischen allgemeinen, die haben ja mit den Nazis überhaupt nichts zu tun. Man muss dazu sagen, eben wie gesagt, beim Massaker von Babin Yar hat man im Stadtgebiet von Kiew, das habe ich schon fünfmal gesagt, an einem Tag 35.000 Juden umgebracht. An einem Tag, das hat man nicht einmal, also diese Dichte hat man in Deutschland nicht erreicht, wenn man irgendwie, was eigentlich ein übler, ich weiß, dass das nicht schön ist, mein Vergleich, aber in Dachau wurden über diese Jahre, glaube ich, 42.000, irgendwo über Jahre. Und hier hat man einen Tag 35.000 Leute ermordet. Und das, der Antisemitismus scheint dort extrem zu sein, weil ich da schon, ich habe dich schon mal erzählt, Entschuldigung. So, weiter geht's, da verschlucke ich mich, weiter geht's. Also, es ist natürlich absurd, wenn man sagt, wir sind nur ein Verteidigungsbündnis. Frau Dr. von der Leyen hat 2015 oder 2016 bei Anaconda, glaube ich, 1.000 Panzer an die russische Grenze geschickt. Und ein Panzer ist ein Angriffsfahrzeug. Wenn sie doch den, wenn sie doch den Angriff gegen Russland abwehren hätte wollen, hätte sie ganz viele Panzerabwehrwaffen dahin geschickt und nicht Panzer. Aber, und dann, ja okay, aber ich meine, das ist alles komplett reine Provokation Russlands, wenn ich da 1.000 Panzer auffahre. Das heißt also, der Krieg war genau so gewünscht und gewollt. Unter anderem von Frau von der Leyen, die gestern jemand irgendwie als Frau Genozid, eine irische Politikerin hat, Frau, eine irische Politiker, auch vom Europäischen Parlament, glaube ich, hat Frau von der Leyen als Frau Genozid bezeichnet. Nicht ich, das war eine irische Politikerin, nur rothaarig, die hat sich richtig aufgeregt. Da ging es um Gaza-Krieg, nämlich, wo es ums Öl geht. Hier geht es unter anderem auch um Lithium. Denn Lithium ist da ziemlich viel und das brauchen die Kunden für ihre Energiewende. Die Vergangenheit betreffen, kommen wir jetzt mal in die Gegenwart und zu der Diskussion um eine Mitgliedschaft in der NATO für die Ukraine. Direkt nach Beginn des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine haben führende ukrainische Politiker immer wieder gesagt, jetzt muss endlich das eingelöst werden, was uns 2008 in Bukarest versprochen wurde. Die Ukraine muss in die NATO. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy betont bei jeder Gelegenheit, dass er genau das erwarten würde. Und inzwischen hat die Ukraine auch bessere Karten. Fast alle Mitglieder der NATO sind für einen schnellen Beitritt der Ukraine. Das wurde zuletzt bei einem Treffen Mitte Juli klar. Dabei ging es auch um einen Fahrplan für das Land, einen ganz konkreten. Rückendeckung bekommt die Ukraine nicht nur von den Staaten aus Osteuropa, sondern auch von den USA und der Türkei. Anders sieht es bei Deutschland aus. In der Bundesregierung gibt es nach wie vor viele Bedenken. Zu groß ist die Angst davor, dass der Krieg in der Ukraine sich noch ausweiten könnte, weiter eskalieren könnte. Ähnlich sieht man es auch in Frankreich. Gegenwind gibt es außerdem aus Ungarn. Das Land ist zwar Mitglied der EU und der NATO, arbeitet aber nach wie vor mit Russland zusammen. Der ungarische Präsident Viktor Orban möchte Wladimir Putin nicht verprellen. Und so gilt weiterhin das, was der NATO-Chef Jens Stoltenberg Anfang Juni in einem Gespräch mit dem ZDF gesagt hat. Nämlich, Zitat, Ja, und zu solchen Territorialstreitigkeiten gehören auch Kriege, bei denen ein Land angegriffen worden ist. Wie bei der Ukraine. Außerdem spielt hier Artikel 5 des NATO-Vertrags eine Rolle. Ich zitiere mal, Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen Beistand leistet. Das würde bei der Ukraine bedeuten, würde das Land noch während des Krieges Mitglied der NATO werden, dann würde der Bündnisfall greifen. Die USA und andere Mitgliedstaaten müssten sich dann direkt an dem Krieg beteiligen und direkt gegen Russland kämpfen. Bisher passiert das ja nur indirekt über Waffenlieferungen und andere Dinge. Genau davor schreckt die NATO zurück. Jetzt nehmen wir aber mal an, der Krieg in der Ukraine wird sie... Ja, genau das ist das. Und Sie müssen sehen, ganz klar, Zelensky will den sofortigen Eintritt in die NATO. Das bedeutet, er will den Weltkrieg. Wenn man das... Sehen Sie ja. Weil genau das sind die Statuten. Er wird angegriffen, also müssen die anderen helfen. Zelensky will Weltkrieg. Und solchen Leuten geben wir Geld. Für Leute, die Weltkrieg wollen und die einen atomaren Präventivschlag gegen andere Länder als probates Mittel sehen. Diesen Leuten geben wir Geld. Wir, der wir, die Nazi-Ratten in Deutschland hatten. Und wir machen genau irgendwie... Ich weiß nicht. Das müssen Sie entscheiden, was ich hier da zitiert habe. Unter anderem von der dümmlichen jüdischen Allgemeinen, die natürlich sowieso nur lügt. Genau wie Putin so lügt. Er will ja entnazifizieren. Und da drücken gibt es natürlich keine Nazis. Sonst würde nämlich das komplette Konstrukt zusammenbrechen. Und deswegen haben wir eben ihn hier auch, weil er hier ja... Weil er hier ja... Weil er hier ja... Ja, er hier ja das Bundesverdienstkreuz bekommt. Weil er gewisse Sachen wie die Schriftlichkeiten usw. einfach weglässt. Weiter geht's, aber ich mache jetzt gleich Schluss. ... ziemlich bald beendet. Zum Beispiel durch eines der Szenarien, die ich in dem Video oben auf dem i beschrieben habe. Guckt da gerne mal rein. Was wäre dann? Was würde dann passieren? In so einem Fall müsste die NATO ihr Wort halten. Genau. Und sich möglichst schnell daran machen, die Ukraine aufzunehmen. Das Wichtigste dabei wäre der vorhin schon erwähnte Membership Action Plan, MAP. Das kann man auch als eine Art To-Do-Liste betrachten, die die Ukraine einhalten müsste. Was würde in so einer To-Do-Liste drinstehen? An dieser Stelle sind wir wieder bei der Studie aus dem Jahr 1995. Die listet nämlich genau auf, welche Voraussetzungen ein Staat erfüllen muss, damit er der NATO beitreten kann. Die wichtigsten Punkte dabei sind eine funktionierende Demokratie mit Gewaltenteilung, eine stabile Wirtschaft, unabhängige Gerichte, faire Behandlung von Minderheiten und vor allem die Fähigkeit, militärisch die NATO-Standards zu erfüllen. Gut. In Bezug auf die Ukraine gibt es da durchaus noch einige Probleme. Das Land hat zwar in den vergangenen Jahren einige Fortschritte gemacht, was Demokratie und Rechtsstaat angeht, aber trotzdem ist die Ukraine immer noch nicht dort, wo die NATO ihre Mitglieder gerne hätte. In dem renommierten Demokratie-Index der Wochenzeitung The Economist steht die Ukraine aktuell zum Beispiel auf Platz 87 von insgesamt 167 Ländern, hinter Tunesien und Iberia. Auch in der sogenannten Demokratie-Matrix der Universität Würzburg sieht es nicht besser aus. Dort steht die Ukraine sogar nur auf Platz 95, allerdings mit dem Jahr 2021 als Maßstab. Einer der Hauptgründe für diese Ergebnisse sind Probleme mit Korruption und mächtige Oligarchen in der Ukraine. In diesem Bereich hat sich zwar seit dem russischen Angriff einiges getan, aber Experten gehen trotzdem davon aus, dass die Ukraine noch einige Jahre brauchen dürfte, bis sie tatsächlich die Vorgaben der NATO erreichen kann. Ein weiteres Problem könnte außerdem der Schutz von Minderheiten sein. Ungarn beklagt zum Beispiel schon seit längerer Zeit, dass die Menschen mit ungarischen Wurzeln in der Ukraine nicht gleichgestellt seien. Das sind immerhin rund 100.000 Menschen. Unter anderem habe das mit einem Gesetz zu tun, das vorschreibt, dass an Schulen zum Großteil ukrainisch gesprochen werden muss. Auch dort, wo fast nur Angehörige von Minderheiten leben. In einem anderen Bereich sieht es dagegen deutlich besser aus. Durch die Militärhilfen aus dem Westen wird die Armee der Ukraine nach und nach immer moderner. Die alten Waffen und Munitionen aus der Sowjetzeit verschwinden. Dafür bekommt das Landsysteme aus NATO-Staaten. Außerdem werden ukrainische Soldaten durch die NATO... Also ich mache jetzt Schluss. Also wir haben ja vorhin gesehen, der Umgang mit Minderheiten haben wir ja gesehen. Gut, das war 2014. Und in der Ukraine gibt es mittlerweile ein Gesetz, das den Gebrauch anderer Sprachen als der ukrainischen verbietet. Es gibt also in der Ukraine, müssen Sie mal gucken, was für Minderheiten es da gibt. Ich weiß nicht, was noch war. Es gibt tatsächlich Ungarn, nicht relativ viele und relativ viele Russen. Und eben der Gebrauch der russischen Sprache wurde per Dekret vor einem halben Jahr oder sowas verboten. Das hat Selenskyj ein Gesetz durchgedrückt. Also Selenskyj sagt, der Gebrauch... Selenskyj sagt... Es wird ein Gesetz eingeführt, das die Benutzung der russischen Sprache verbietet, dass er sagt, der Umgang mit Minderheiten verbessert sich, aber gleichzeitig wurde doch so ein Gesetz eingeführt. Was soll ich dazu sagen? Dafür hat er sein Bundesverdienstkreuz bekommen, indem er dann da Leute massiv manipuliert. Okay, und das war es eigentlich diesbezüglich. Und deswegen geht es um... Wie ich die ganze Geschichte sehe, wie ich die ganze Geschichte sehe, ganz kurz noch, ich glaube, das dauert nicht lang, und zwar... Machen wir den mal weg. Ja, wir haben eben... Gut, die Nazis haben dann... Im Dritten Reich haben die... Gut, haben die da alle überfallen und nicht angegriffspakt mit Russland und haben denen gesagt, wir müssen die fertig machen und so weiter und haben die Russen damals mit wahnsinnigen Verlusten, mit rund 25 Millionen Toten, dann die Nazis zurückgeschlagen und dann kamen, es sind 1944 dann die USA und Großbritannien eingetreten, dass die Bolschewiki nicht ganz Deutschland ersetzen. So, und jetzt haben wir die Ukraine mit ihrem... Offensichtlich, weil es gibt viele Hinweise, dass es da eben der Antisemitismus extrem vorangeschritten war schon die ganze Zeit. Antisemitismus ist ja nichts, was wir Deutsch erfunden haben, was nicht heißen soll, dass wir die ganz bedeutenden Tollen sind. Aber wir haben den bestimmt nicht erfunden. Und wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, beim Massaker von Papien, ja, 35.000 Tote an einem Tag, ist schon eine echte Leistung, Verzeihung des Zynismus. Anders kann man aber sowas nicht mit... Ohne Zynismus kann ich sowas nicht in meinem Kopf unterbringen. Und aus der Ukraine, habe ich schon mal gesagt, habe ich vom Jahr 1900 schon ein Ding gesehen, wo der Antisemitismus da extrem war. Und die Ukrainer haben sich da offensichtlich an Hitler drangehängt, um dann in vorauseilendem Gehörsam dann gegen die Russen vorzugehen. Und dann haben die ja verloren. Und das ist ein Schmach, der offensichtlich immer noch in den ukrainischen Köpfen zum Teil herumgeistert. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Ukrainer Nazi ist. Vorsicht. Aber eben, ja gut, aber Slava Ukraini als Spruch und so weiter, den selbst unsere Schriftsteller und so weiter hier verbreiten, wenn die mal wüssten, was das bedeutet, sollten Sie sich mal drüberlegen, wenn man da Slava Ukraini ruft. Aber selbst wir als Intellektuelle, als Pseudo-Intellektuelle, haben uns mit dieser ganzen Sache nie richtig beschäftigt. Und das ist für mich der Grund, weswegen die Ukrainer haben das irgendwie, die Niederlage gegen die Russen nie verdaut. Und jetzt wollen die sich noch rächen. Und deswegen, und offensichtlich, ich weiß es nicht, in Deutschland hat man nach dem Zweiten Weltkrieg entnazifiziert, zwar ziemlich kräftig, aber, so, in Deutschland hat man kräftig entnazifiziert, aber ich weiß nicht, wie das in den Ostländern da so gewesen ist. Vielleicht sah man das da auch nicht so wichtig und so weiter. Und eben, der KGB hat ja den, den Stepan Pantera erst 1954 in München liquidiert, die er dann ohne, ohne Prozess, er meint bei den Nürnberger Prozessen, warum Nürnberger Prozesse, weil Nürnberg war die Hochburg, Nürnberg war die Hochburg, der Nazis, weil die Nazis waren so ein bisschen so esoterisch veranlagt. Da müssen Sie mal gucken, Schwabenland und so weiter, die haben dann so, 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 so aus der germanischen Geschichte solche Sachen hervorgeholt. Und das war Nürnberg, da Franken waren eher als Münchner oder sowas. Deswegen hatten die Nürnberg als, 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 als Hauptsitzanträteplatz und so weiter. Deswegen war das hauptsächlich Nürnberg. So. Und von dieser, ja gut, da, da waren, da müssen wir mal gucken, da gibt es spannende Sachen. Die, diese Verschwörung, ich weiß, aber, dieses Interesse ist so spannend, wie die da gedacht haben. Die haben da diese Esotere, in der Esoterik, also diese, Sie wissen, was ich meine. Deswegen diese Runen und so weiter, was vorhin die jüdische Allgemeine, das, das ist alles Nazi-Gehirn, Schwachs, Gehirn geschwurbel quasi, woran die sich dann da festhalten, an das Germanische und so weiter. Und genau wie germanisch hat Hitler, war er ja außer als blond und blauäugig, war er da ganz sicher. So, Entschuldigung. Und von der Seite, wird, wird natürlich, also so ich es sehe, Russland, wenn man diese Dinge sieht, niemals die Ukraine in die NATO, lassen, wenn es mit allen, mit allen Mitteln verhindern, mit allen. Wenn da jetzt wieder einer versucht, die einzige Möglichkeit, die wir ja sagen, ist es ja, von Zelenskyj einen Weltkrieg zu erzeugen, den die ja haben wollen, weil Zelenskyj ja einen atomaren Präventivschlag gegen Russland verlangt hat. Was man sich mal einfach hier reinziehen muss. Er irritiert mit diesen Aussagen. Ja, normalerweise muss man solche Leute fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel, aber unsere Grünen und unsere Politiker, wie Herr Steinmeier, werden dann, machen dann ja noch, unterstützen die Amerikaner ja noch dazu, diese Bomblets, diese, diese, diese komischen Bomben da, dann auch noch, was ich in einem anderen Video gemacht, gezeigt habe, dass das, offensichtlich nicht so kann. Ich weiß es, das müssen Sie entscheiden, wenn Sie den Gesetzestext lesen, über dieses Gesetz zur Streubombe von 2009, den er selbst unterschrieben hat. So, damit wäre ich eigentlich fertig. Ziemlich langes Ding, sorry, aber, wie sagte mal Harald Lesch, für einfache, für viele Sachen gibt es, naja, gibt es eine einfache und kürze, aber falsche, für komplexe Dinge gibt es eine einfache und kurze, leicht verständliche, aber falsche Antwort hat er irgendwie gesagt. Jetzt möchte ich nochmal gucken. Und zwar gucken Sie mal das an. Das ist, ja, gucken Sie hier mal rein. Und das ist ein sehr spannender Artikel. Ernst Rochholz, Pfarrer in schwerer Zeit, von Hergert, da hat jemand, der war, in Steinbein-Nürnberg, da hat der Herr Hergert, hat alle, hat offensichtlich das handschriftliche Zeug, alles ausgewertet, aus dem Pfarrhaus, ja, aus dem Pfarrhaus, aus dem Alten, wahrscheinlich aus dem Neuen, das Neue war in Gasweg 4, das weiß ich. Und hier müssen Sie mal gucken, was da alles gelaufen ist. Da gab es dann die deutschen Christen, die deutschen Christen, die waren alles, das waren alles. Und schauen Sie mal hier, diesen Artikel, der ist, glaube ich, zwölf Seiten lang, kann Ihnen empfehlen, Ernst Rochholz, Pfarrer in schwerer Zeit, das ist höchstgradig, was da gelaufen ist. Ja, und, sagen wir so, diese Person, habe ich leider nicht mehr kennengelernt, die ist mit mir verwandt, genau wie der, der an meinem einen Ohr, der hieß, hat denselben Namen gehabt, der ist, musste in die Schweiz emigrieren. Er hat das durchgehalten, bis zum Jahr 1950, und hat da, ja, lesen Sie mal durch, was da im dritten Reich los war. Vielen Dank für Ihr Gehör, Euer Ingenieurskanal, mit diesem sehr schwierigen Thema in meinen Augen. Ich kann da auch nur meine Sicht der Dinge sagen, aber so setzen sich für mich die Dinge einfach zusammen. Ja, danke. Vielen Dank.